Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Spider-Man Remastered. Jo, was haben wir hier vor? Wir haben einige... Also jetzt hier und dann sind es glaube ich noch eins, zwei, also insgesamt mit dem vier oder fünf, ne? Mit dem wären noch zwei. Zwei. Zwei sind sechs. In dem bin ich dran. Dann wären es sieben. Ich habe doch schon viel mehr gemacht. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das soll mich jetzt nicht stören oder verwirren. Wir starten jetzt und zwar am besten mit ihm. Ich habe dich erschreckt. Okay. 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 Dann gehen wir wieder hinauf. Könnt ihr nicht einen Kaffee brauchen? Okay. 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 So viele. Jetzt wenn wir, wenn wir hier eine Stolper falle ... warte mal, ich gehe mal hier rauf. und Führst du jetzt bitte? Wieder hoch Dann... Oh, warte mal Mist Jetzt sind die wie in Alarmbereitschaft, oder? Ja Ja, dann mal schauen, ob wir das alles lautlos ausschalten können Okay, das ist jetzt einer mit Licht Das ist doof Weil der kann natürlich schneller uns sehen Ziehen Den einmal weg Danke dir Dann rüber Dann rüber Das sind zwei Okay, dort sehe ich jetzt noch einen Der ist ein wenig... Okay, wenn ich jetzt runter springen würde, würde der Alarm losgehen Ja Wieder rauf Äh, die sind mir jetzt zu nah beieinander Kann ich? Ja Ja Mal schauen, ob das so funktioniert Und... Wirklich... Was machen kann ich da nicht, ne? Und... Wieder einer weg Weitersuchen Er darf nicht entkommen Was war das? Du bist sehr, sehr müde Hehehe Jetzt kommen die nächsten Okay Okay Stöbern wir ihn auf Weitersuchen Zentrale, ich hab was gehört Geh auf Patrouille Beide Beide Feuer frei Oh Äh Weitersuchen Auf den Boden Okay Jetzt müssen wir Wir müssen ihn auf den Boden ruhen Oh, weil ich wahrscheinlich das Auto nicht mitgekriegt habe Ja Dann ist mal der weg Vorrücken Wie hat er das gemacht? Mit Köln Mit Köln Einmal Zwei Mal Zwei Mal Ja Da sind noch mehr Wisst ihr, es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn ihr Piu Piu machen würdet Ey Ok Dich Sofort Runter Oh Ähh Er hat einen Elektroshocker oder oder was Ja Ja Nicht in die Luft Ja Alle runter Vorsicht Ja 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 Ich bin an ihm dran Ja 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 Na Ich bin und Wilde Ich bin ja Nö ähm hallo also Gut. Ich habe recherchiert. Die Verstunden haben nur gegen Sables brutales Formen geprotestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sage dir Bescheid, wie es läuft. Ruhig ihn auf den Boden. Weiß ihn alle. Unverwundet. Unverwundet. Und finish off. Äh. Und weg. Nope. Oh. 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 habt ihr jungs das gefühl durch eure helme wird das unpersönlicher ich meine deckel ich weiß schon nicht Das war's. 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 Danke, Spider-Man. Gerne geschehen. Captain, die Gegend ist sicher und die Zellen leer. Offiziell ist das inakzeptabel ist das inakzeptabel. Wenn das, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das, wenn man keine Symbole sind, wenn man in einer Mission ist, dann kommt überall zwei, ne? Das war's. Ich bin aber Spider-Man. Die Stadt, die am Untergehen ist. Wieso brichst du ab? Äh, jetzt bin ich schon dran vorbei. Ich habe sie verloren. Ich muss schneller sein. Ja, das finde ich doof, dass es einfach so sagen kann, ja okay, du musst das machen. Bei die Just-Effects-Sachen würde ich schon gerne hören. Aber dass zum Beispiel die amerikanische Armee da nicht eingreift, verstehe ich überhaupt nicht. Sonst sind die ja so immer Waffen-Vanat und Militär-Vanat und jetzt machen sie da nichts. Gut, einmal speichern, bin ich immer noch geschädigt vom letzten Mal. Und weiter. Weil irgendwoher muss man ja speichern. Glaubt mir, das ist weniger schnell. Juri, die Rikas-Strefflinge haben die ganze Straße in ihrer Gewalt. Leute rufen an, weil sie Angst haben, ihre Wohnungen zu verlassen. Sag ihnen, sie sollen noch eine Weile drin bleiben. Die Straßenreinigung ist auf dem Weg. Spiderman! Ich hab da was gerocht! Oh, was geht hier los? Sie sind so süß, wenn sie lahmgelegt sind. Lass dich nicht stören! Was will ich da? Spiderman! 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 Ja! Machen diese Länge auch schon mit den Chemikalien ? Typisch New York. Kaum wird ein Platz frei, wollen ihn sofort alle haben. Ja. Aber den. Versuch's auch, was du! So. Das wird Schmerzen an! Zurück! Der Typ ist wie eine Maschine! Ja. Lässt euch nicht von ihm verrückt machen! Das darf kein von uns mehr erwissten! Äh, das... Leute, das ist echt nicht nötig! Ich hab' doch schon Schiss! Wo steht da runter?! Spiderman! Die Leute hier sagen, dass die Ausbrecher versuchen in ihre Häuser einzubrechen! Das habe ich auch gehört! Sie wollen eins übernehmen! Wir kriegen sie viel leichter auf der Straße. Ohne Geisel! Ich arbeite dran! Ich meld mich später! Ja. 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 Cool. Ja! Mann, Yaw. Ich will das hören, wenn du in der Ecke hinein blewst. und du es nicht mehr schaffst, rauszukommen, weil du die ganze Zeit versuchst, den Angriffen raus auszuweichen. Du brauchst mal ne Pause. Gut. Ich denke mal nicht. Toll aufgepasst, aber nicht gut genug. Und weg. Das war ja Jake. Wo zum Teufel sind Angriffen? Ich kann ihn in der Luft nicht bekämpfen. Ich brauche keine Sicht. Granate! Halt! Finisher. Lass euch nicht von ihm verrückt machen! Ich habe keine Angst vor dir! Was ist hier los? Keine Gnade! Alter! Halt, Jason! Nicht deine Liga! Typisch New York. Kaum wird ein Platz frei, wollen ihn sofort alle haben. Zurück! Das wirst du mir büßen! Hinter! Lass ihn nicht hinter euch! Willst du dich kusen? Noch mehr? Leute, das ist echt nicht nötig! Ich hab doch schon Schiss! Ja, Jason! Spiderman! Die Leute hier sagen, dass die Ausbrecher versuchen in ihre Häuser einzubrechen. Das habe ich auch gehört. Sie wollen eins übernehmen. Wir kriegen sie viel leichter auf der Straße. Ohne Geiseln. Ich arbeite dran. Ich melde mich später. Komm runter und stell dich dir dran! Wie ich das hasse! Ich wollte die 50er Combo! Jetzt holt ihn da runter! Oh! Der Nachschub ist da! Cool! Okay! Ihr Jungs seht du war und ich die Melodie! Versucht das! Was ist hier los? Was ist hier los? Lass euch nicht von ihm verrückt machen! Ja! Das hat er gespürt! Was ist hier los? Was ist hier los? Wir können trotzdem noch siegen! Ja, wie ich werde wahrscheinlich nicht mehr die 50er Combo kriegen. Was immer das Aura! Vorsicht! Er bewegt sich schnell! Hinterher! Was ist hier los? Oh! Vielen Dank.